Du fährst was, was 18,75 Meter lang ist und was 2,55 Meter breit ist und 4 Meter hoch. Hey, ich bin die Melli, bin 20 Jahre alt und mache momentan die Ausbildung zur Berufskraftfahrerin. Ich habe die Ausbildung angefangen aus dem Grund, dass ich saumäßig gerne schon Auto fahre. Früher auch schon immer geliebt habe, mit meinem Vater mit dem LKW dabei zu sein. Frankreich bis Spanien bis Italien, alles drum und dran. Das krasseste, was ich gelernt habe, ist wirklich das Fahren mit den LKWs. Ich finde es auch jetzt noch schwierig. Ich bin davor um 12 Tonnen gefahren, jetzt mittlerweile um 40 Tonnen. Sobald man höher sitzt und man fährt 50 kmh, fühlt sich das schon schneller an wie 50 kmh, wie jetzt im PKW. Ich möchte es eigentlich so lange machen, wie ich es darf und kann, auf Deutsch gesagt. Ja, ich möchte es nicht mehr müssen.